ARD Text im Auftrag von Funk Ist das wahr? Was? Nein Lea hat halt gesagt, sie fährt vielleicht runter Ich will nicht gleich, ich will jetzt runter, es ist nicht wahr Hast du was zu tun? Okay, dann die Streifen dran, ich will die in State überführt haben Du fährst nicht runter, fahr mich runter Ja, aber er will jetzt runter Irgendjemand fährt mich jetzt runter Eins, zwei, fünf Ja 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 Nein Ja 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 Alles gut, alles gut. Ich bin aber trotzdem mit der Uniform mitgekommen. Ich bin aber trotzdem mit der Uniform mitgekommen. Ich bin aber trotzdem mit der Uniform mitgekommen. Wir werden nicht beintimidiert. Wir werden nicht zurückgehen. Wir haben gesehen, wir wollen nicht mehr. Aber wenn Sie wollen mit den USA, der eine Sache, ich kann Ihnen sagen, so helft mir Gott. Werden, jemanden, will raise your sons and daughters. Werden, du hast genug Wort in deinem Leben, um eine Bibliothek zu holen. Ich weiß auch das, dass es über 5,000 Menschen in der Stadt wissen, dass es ein Polizist ist, glückliches, glückliches, glückliches Job, das muss sein sein. Ich weiß es auch, und ich bin glücklich, dass ich einen von ihnen bin. Ich weiß es auch, und ich bin glücklich, dass es ein Polizist ist. Musik Jedoch erlag unser Kollege am 11.06.2024 um 21.05 Uhr seinen Verletzungen. Mit ihm haben wir nicht nur einen guten und engagierten Kollegen verloren, sondern auch einen Menschen, der uns allen immer ein Freund gewesen ist und mit seinem offenen Ohr uns jederzeit in jeder Lage helfen wollte. Lieber Marvin, du bist mit deiner Schwester Koko Diana Steffke wieder vereint. Musik 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 Musik